Und damit ein herzliches, kurzes Hallo zu, äh, ja, eine kleine Ankündigung. Ihr wollt mit mir, äh, hier absolvieren? Kein Problem, dürft ihr ab jetzt. Ich werde jetzt ein wenig Parallelquests machen. Ihr müsst dazu nur das hier machen, meinen, äh, Namen hier, um rechtsgleich, Freunde, zu merken, hier neben meinem schönen unten Profilbild von, ähm, Attack on Titan, ne, unter meinem richtigen Namen, Stefan Bär, Icey Sunny einfach nur, also Slash bitte noch, sonst findet es mich wahrscheinlich nicht. Und dann geht's eigentlich schon fast los, Freunde. Schreibt mich an und dann geht's ab hier. Aber, weil, das muss ich sowieso machen, Freunde. Hier, guckt euch das an. Eine Quest auswählen. Jetzt sieht das nicht gerade nach viel aus, ne? Hey, aber trotzdem sind es noch einige, die wir zu machen haben. Hier haben wir einen Affen zu besiegen. Wir haben, äh, hier nur drei Gegner zu besiegen. Ähm, ja gut. Was sind das alles? Äh, Werapfilm, Cyberman oder so, Dordoria und Saborn. Hier ist es Rikon, Cheese und, ne, nicht Cheese. Rikon, Bata und Guldo. Hier sind es, äh, drei Nulpen. Ne, vier sogar. Dordoria und Saborn. Ginyu und die Furcht. Mal schauen. Da müssen wir gegen die gesamte Ginyu-Einheit antreten. Kommando, Aufnahme, Prüfung. Jo. Harter Kampf, Ginyu, Kommando. Ist auch noch mit am Start. Die Open Beta geht nur noch bis morgen. Also, sputet euch, wenn ihr euch das auch antun möchtet mit mir. Seid bereit, auf jeden Fall. Tüttle. Dann Øll Tüttle.